Details zur Minijob-Grenze 520 Euro ab dem 1.10.2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 1. Februar 2022 hat das Bundesarbeits- und Sozialministerium unter Federführung von Hubertus Heil einen Referentenentwurf zur Einführung des Minijobs, der neuen Minijob-Grenze 520 Euro, ab dem 1.10.2022 veröffentlicht. Und folgendes plant der Bundesarbeits- und Sozialminister. Die Einführung einer dynamischen Geringfügigkeitsgrenze, dann die Einführung einer maximalen Höchstgrenze beim Minijob-Verdienst und die Anpassung des Gesamteinkommens in der Familienversicherung, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ab dem 1.10.2022 soll es statt der statischen Minijob Grenze 450 Euro, dann eine neue Geringfügigkeitsgrenze, so ist sie genannt, von 520 Euro geben. Und diese Geringfügigkeitsgrenze errechnet sich nach dem jeweiligen Mindestlohn multipliziert mit dem Faktor 130, dividiert durch 3. Das heißt also, wenn wir ab dem 1.10.2022 einen Mindestlohn von 12 Euro haben, dann multiplizieren wir diese 12 Euro mit dem Faktor 130 und teilen dann das Ergebnis durch 3. Und da kommen wir genau auf 520 Euro. Wenn wir dann nächstes Jahr zum Beispiel einen Mindestlohn von 13 Euro haben, dann wird das nach der gleichen Formel, die auch in dem Gesetz drin steht, berechnet 13 Euro mal 130 durch 3. Das kann man also sozusagen hier bei dem Minijob-Geringfügigkeitsgrenze ab dem 1.10.2022 schon mal festhalten. Als zweites, der Gesetzgeber führt eine Höchstgrenze bei dem Minijob-Verdienst ein. Das heißt also, ich kann unter bestimmten Voraussetzungen maximal das 14-fache der, was ich Ihnen ausgerechnet habe, der Minijob-Grenze oder dieser Geringfügigkeitsgrenze maximal im Jahr verdienen. Das wäre ab dem 1.10.520 Euro mal 14, dann kommen wir hier auf 7.280 Euro. Das unter der Voraussetzung, dass ich nicht mehr als zwei Kalendermonate in einem bestimmten Zeitraum nicht unvorhergesehen einen Verdienst habe, aber der Gesetzgeber deckelt auch hier diesen Verdienst auf das Maximum von dem 14-fachen, der für diesen entsprechenden Zeitraum bestehenden Geringfügigkeitsgrenze. Also ab dem 1.10. sind es dann 520 Euro mal 14 und dann, wenn wir nächstes Jahr dann entsprechende Steigerungen des Mindestlohnes haben, wird sich auch diese Grenze dynamisieren. Das heißt also, die alten Regelungen, wie wir sie jetzt haben, die fallen alle weg und es gibt eine völlig neue Betrachtungsweise bei der rechtlichen Bewertung von Einkommen und Minijob. Und als letztes gibt es noch eine Anpassung im §10 SGB V, das ist ganz wichtig, und zwar für die Leute, die in der gesetzlichen Krankenkasse ihres Ehepartners familienversichert sind. Dort wird die Höchstgrenze, was sie monatlich verdienen, an diese sogenannte Geringfügigkeitsgrenze beim Minijob gekoppelt und deshalb gibt es dort auch eine Veränderung im Gesetzeswortlaut. Das heißt also, ab dem 1.10.2022 gilt dann im SGB V ein Gesamteinkommen anrechnungsfrei in der Familienversicherung von 520 Euro. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel die wir vor einem Geburt und Rentenberater verletzen haben. Und das ist ein Sanfte, das ist ein Sanfte, das ist ein Sanfte, das ist ein Sanfte. Und das ist ein Sanfte, das ist ein Sanfte, Vielen Dank.